Hallo meine Lieben, immer wieder werden wir alle von irgendwelchen Problemen geplagt und dann machen wir uns Sorgen. Ich bekam von den Engeln eine Botschaft, dass ich euch und zwar für jedes einzelne Sternzeichen ein Mantra übermitteln soll, damit mit diesem Mantra eure Sorgen leichter zu tragen sind oder sogar ganz verschwinden können. Das betrifft nicht nur deine eigene Sorgenlast, sondern auch die Sorgen um deinen Liebsten, deine Kinder, deine Haustiere oder deine Pflanzen. Was auch immer es für Sorgen sind, es sind eben Sorgen. Jedes Sternzeichen wird begleitet von einem Engel, der mir dein eigenes spezielles Mantra mitteilt. Heute beginnen wir mit der Jungfrau, der Waage und dem Skorpion. Bitte hört es euch gut an und versucht es nachzusprechen, es zu befolgen. Bereit? Die Jungfrau Für die Jungfrau ist der Engel Hamaliel zuständig. Für dieses Sternzeichen kommt jetzt das folgende Mantra. Das Mantra für euch von Hamaliel und mir. Sage Ich werde mir treu bleiben und mein Leben leben, weil es mein Leben ist. Ich bleibe mir selbst treu, wenn ich empfinde, was ich fühle. Nur das zählt. Es ist nicht wichtig, was andere mir einreden wollen, sondern das, was mir das Leben vorschreibt. Nun für dieses Mantra die Bedeutung dazu. Dein Engel Hamaliel unterstützt dich dabei. Man schenkt dir im Leben nichts und du musst es dir schon immer alles hart erarbeiten. Dein kluger Kopf wurde in der Vergangenheit stark herausgefordert. Doch jetzt schau sorgenfrei in die Zukunft. Dafür öffnen sich dir hervorragende Chancen und Hamaliel unterstützt dich dabei. Nutze sie. Nun für die Waage. Ihr Erzengel ist Uriel. Das Mantra lautet. Sage In meiner Seele besitze ich eine tiefe Weisheit. Und aus dieser Weisheit meiner Seele sprechen spontane Entscheidungen. Ich nehme sie an, denn langes Grübeln oder Zögern ist nicht dienlich. Ich will an mich und meine Ideen glauben. Die Bedeutung für dieses Mantra. Erzengel Uriel unterstützt dich. Scheue dich nicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du wirst spontan handeln müssen. Uriel, beruhig deine Nerven, wenn du gestresst nach Hause kommst. Suche dir einen Moment der Stille und spüre deinen Engel, der dir sehr nah sein wird. Du wirst sehen. Er bringt dir Glück und Erfolg. Zum Skorpion und sein Engel ist Barbiel. Das Mantra lautet. Sage Engel Barbiel, führe mich und ich will auf dich hören, wenn du aus meiner inneren Stimme zu mir sprichst. Zeige mir mein Ziel und zeige mir den Weg zu meinem Glück. Mit der Bedeutung mit dieses Mantras unterstützt dich Barbiel. Wenn dir manchmal die Entschlossenheit fehlt, dich durch dein Leben zu kämpfen. Du bist ein geradliniger Mensch und hast die Gabe, dich durchzusetzen. Wechsle deinen Job, wenn du es unbedingt möchtest. Sicher wirst du ein entsprechendes Angebot bekommen. Man sucht nach deiner Arbeitskraft und Moral. Dein Weg führt nach oben und du bekommst auch die nötige Anerkennung, nach der du schon lange suchst. Habe Mut! Das waren die ersten drei Sternzeichen der Mantras und in der nächsten Woche kommen die nächsten für Schütze, Steinbock und Wassermann. Falls ihr dazu Fragen habt, dann ruft mich an. Bis demnächst, eure Deria. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.